Jo meine Leute, herzlich willkommen mit den Predictions zur Formel E Saison 2023 mit der Premiere aus Hydro-Rabatt mit den Predictions, mit dem Qualifying. Los geht's. Heute um 6 Uhr live auf Run.de. Von der Post startet Sascha Finnenstrass. Herzlichen Glückwunsch. Der 1 auf 2 Jake Hughes vor seinem Teamkollege Rene Rast und von der 4 startet Stoffel van Doorn. So, das war's mit der Formel E 2023 mit den Qualifying Predictions. Der Premiere in Hydro-Rabatt in Indien. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen. Das nicht vergessen sagt, die wehensam verpasst ihr gar keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis deiner. Good Waste. Ciao.